Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist nur eine Fleischwunde Und dann muss ich als Drahtesel auch noch sagen Oh, ein braunes Kleid Aber so braun, so braun und rau Ich zerfalle Das geht auch anders Was gibt's denn heute zum Mittag? Kotelett Oh, lecker Oh, was kommt denn da Rotes aus dem Kotelett? Ach, das ist nur eine Fleischwunde Hm, das war lecker Ich fahr doch mal zu Lena Du kannst mein altes Fahrrad nehmen Mama, dein Fahrrad ist krank Alles braunrot Mein braunrotes Kleid Ein Mikroflitzer von Claudia Falk Es sprachen Clarina, Hans Hansen und Claudia Falk